So, weiter geht's. Wir sind hier in Level 5. Und müssen jetzt versuchen, hier weiter zu kommen. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir gehen jetzt mal hier hoch. So. Ammo, jawoll. Da kommt dieses komische Explosionsvieh. Da unten ist wieder Ammo. Du darfst gerne da runter. So. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ordentlich Ammo. Auf meine Fresse, ey. Diese Kackviecher. Die nerven echt. Oh. Cool. Auf den sind wir los. Gehen wir erst mal hier lang. Ah. Fick dich. Fucking hell, ey. Haben wir den Yellow Key schon eingesammelt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Cool. Was kommt jetzt? Der Blue Jam. Auf einmal haben wir wieder Ammo ohne Ende. Ne, jetzt wollte ich noch mal gucken, ob es hier irgendwie noch Secrets gibt. Okay, auf jeden Fall musste ich hier lang, als hätte ich den links nicht bekommen. Den Blue Key. So. Schauen wir mal. Ein Gegner. Ich glaub's nicht. Ich lebe noch. Exit. So, Freundin. Der Green Jam. Ach, da oben ist die Karte. Das heißt, wir müssen da lang. Toll. Ich dachte hier, dass es vielleicht irgendwas Optional ist. Aber nein. Jetzt Vorsicht. Nicht kurz vor dem Ende noch sterben. Yeah. Wir haben es geschafft. Dann mach ich erst mal Schluss. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, und dann machen wir hier dieses nächste Level. Bis dann und ciao, ciao. Oh, Mann. Noch einer kommt da von diesen Bastarden. Oh, wenn es hier wenigstens irgendwie was sowieso. Und ja, komm.